ARD Text im Auftrag von Funk Herzlich Willkommen, Leute! Wir sind wieder zurück bei der Pan-Rock! Slow-Mannschaft! Was geht ab, meine Rock-Simly? Leute, jetzt geht's los! Okay, Leute! Heute suchen wir den schönsten Pro auf der FIBO und ich hab hier direkt mal zwei gefunden. Wie heißt ihr? Vanessa. Und? Vanessa. Oh shit! Okay! Wollt ihr mal eure Pracht-Exemplare zeigen? Ja, zeig mal! Wie auf der Bühne! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Leute! Ist der besser? Oder ist der besser? Darf ich auch mal einen Gefühlstest machen? Oder ist es doof? Ja, guck mich an fast! Die ist killer! Aber ihr dürftet auch meinen ansassen! Wie findet ihr meinen? Wir sind schüchtern! Wie findet ihr meinen selber? Kann man mit arbeiten, ja! 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 Ich glaub ich immer einen 30 Spons gemacht! Vielen Dank! Schönen Tag noch! Und bewerte mal! Gib mal! Was soll ich? Melissa? Ja! Okay! Melissa 1 bis 10 und? Vanessa! Und Vanessa! Viel Spaß! Hauf rein! Und hier Leute habe ich den nächsten! Hallo! Hallo! Wie heißt du? Eileen! Eileen! Tatsik! Wie heißt du? Alina! Hey! Ich suche euch den schönsten Co! Auf der Vivo! Wollt ihr mal kurz zeigen? Zeigen mal! Zeigen mal! Oh shit Leute! Oh shit! Okay! Machst du auch mit? Nein! Du bist sicher, oder? Nein! Okay! Wie heißt du Eileen? Eileen! Eine Zahl zum 1 zu 10! Für Eileen Leute! Was sagt ihr? Okay! Elf! Elf! Ich würd auch sagen! Okay! Ich muss mich wieder backbeam! Ist die Platz? Okay! Tschau! Hi! Wie heißt ihr? Eileen! Hey Leute! Jetzt zeigen wir euch mal die nächsten Puppies! Popos! Zeig mal! Oh shit! Okay! Ich mach mal erstmal eine Lauda von dir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so schön! Okay! Ja! Für! Wie heißt du nochmal? Sally! Sally! 1 bis 10! Schreib in die Kommentare um! Jessy! Jessy! 1 bis 10! Und schon Twerks out liken! Twerks out! Twerks out! Darf ich auch einen mal anfassen? Ne! Okay! Ich darf doch mal einen anfassen dann! Okay! Ich muss leider wieder weg! Ciao! Wow! Okay Leute! Und die nächsten! Hey! Warte! Erst mal euren Namen! Wie heißt du? Alina! Alina und? Alicia! Okay! Leute! Dann schauen wir mal! Wie es bei denen aussieht! Wir fangen mal mit dir an! Zeig mal! Oh mein Gott! Oh! Das ist so schön! Und zeig mal bei dir! Okay! Was sagt ihr Leute? Alina? Alina 1 bis 10! Schreibt in die Kommentare! Alina 1 bis 10! Alicia! Alicia! Okay! Seid ihr Single? Ja! Okay! Aber warte! Ich mach mal kurz ein paar mal raus! Baby! Hey Baby! Oh! Haben wir aber wieder! Schöne Mädels! Noel! Genau! Hey! Schön, dass ihr da seid! Ich suche heute den schönsten Po aus der FIBO! Okay! Das ist mein Tipp! Können Sie mal kurz zeigen? Okay! Fangen wir mal bei dir an! Oh mein Gott! Okay Leute! Ich brauche einen Sauerstoff! Okay! Oh mein Gott! Wie heißt du nochmal? Noel! Noel! Was gibt ihr für eine Note? Ne! Eine Zahl 1 bis 10! 10 ist das höchste! Ne Leute! Okay! Also 12 wird ich geben! Okay! Was sagst du? Zeig mal bei dir! Boah! Boah! Leute! Der Schmerz! Oh mein Gott! Ja! Auf jeden Fall bewertet mal Leute! Schreibt in die Kommentare! Ich muss hier kurz mal woanders hin! Ciao! Oh! Tante! Hey! Meine Freunde vorm Video… Ich weiß gar nicht, das war glaube ich die 99. Folge Leute! Auf jeden Fall wünsche ich heute den schönsten Popo der FIBO! Und ich glaub, den hat sie, weil die macht mich immer crazy. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, dankeschön. Okay, gib mal Rimmer. Eine Zahl, 1 bis 10. 10 ist das höchste, Leute. Ich sage 16.000. Okay, ich muss leider wieder close. Hey, what's up, Leute? Hey, wo fang ich an? Auf jeden Fall Tag 2 der Fibo. Und Leute, ja, heute das Video ist sehr, sehr oberflächlich. Was soll ich sagen? Aber das wollen die Leute sehen, komischerweise. Ihr wisst selber, ich bin Entertainer und ich versuche natürlich auch den Leuten das zu zeigen, was sie sehen wollen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hab da gar nichts gegen. Also Menschen, die sich gerne präsentieren, sollen sich gerne präsentieren. Ihr wisst selber, ich bin immer so, jeder soll machen, was er möchte, solange er niemandem dabei schadet. Und bei diesen Leggings, die man hier über sieht, Leute, man wird einfach verrückt. Dann bin ich eh noch müde und kaputt. Das heißt, meine Gehirnzeilen sind eh alle ziemlich ausgelastet. Und dann sieht man hier diese ganzen Popos. Aber auch für meine weiblichen Zuschauer. Wenn ihr mal wollt, dass ich was anderes hier zeige, weil hier gibt es ja auch sexy Männer vielleicht. Dann könnt ihr ja mal ein Thema reinschreiben, dann mache ich das für euch. Und ja, Schönheit ist eh immer im Auge des Betrachters. Also für mich, alle Mädels waren echt hübsch und generell, ich mag Frauen sowieso. Was soll ich dazu sagen, ich bin halt ehrlich. Aber, ja. Was sagt ihr dazu, Leute? Ich wollte jetzt einfach mal ein geiles Video, weil ich dachte so, ey, es werden bestimmt viele FIBO-Videos kommen. Aber dieses Video hat, glaube ich, keiner mal wieder. Ich versuche immer was Neues. Okay, Leute. Ich will auch nicht so viel arbeiten. Und das Video kurz halten. Deswegen. Ihr wisst, ich liebe euch über alles. Nehmt mir manche Sachen einfach nicht übel. Weil, wisst ihr, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Manchmal hab ich ab. Pss. Manchmal Downs. Und ja. Das war's mal wieder von der Badruuuu. Pss. Trabatschau.